weiter geht's mit super mario wird und diesmal mit 6 und zwar chocolate island wo die dino gegner sind hier neu der welt gibt es auch wieder zwei secret exits die ich natürlich alle holen werde mit folgen mal mit das eine secret exit ist etwas komplizierter zumindest wenn man nicht weiß was man machen muss beziehungsweise eigentlich sind beide ziemlich kompliziert was das angeht aber wir werden sehen ich kann sowieso über die mancher laufen ja heißen die überhaupt mancher ich brauche auf jeden fall die fehler für ein secret exit ich könnte zwar auch den fliegenden joshi nehmen ok joshi habe ich auf jeden fall verloren fängt ja schon mal gut an so aber das war es auch schon mit dem ersten level so luigi stand jetzt noch in einer anderen welt rum den muss ich erstmal holen und da habe ich mir auch gleich wieder mal ausrüstung holt so jetzt geht es mit dem ghost house weiter das ich gar nicht kenne also nicht mehr kenne wobei mir das ziemlich bekannt vorkommen mit dem boden ist eröffnet ich glaube hier ist das cape ganz praktisch ist sogar mehr als praktisch dafür muss ich aufpassen das gibt mir bestimmt schaden wenn ich das berühre diese blaue flamme warum auch immer ich mir das jetzt überhaupt geholt habe das erfordert schon ziemlich ein bisschen skill was ich gemacht das wäre geschafft also das ist ein steingehus ich hätte jetzt eher gedacht dass die blöcke sich auflösen wenn ich die berühre da kann ich irgendwie hoch ach mit dem stein berühre ist natürlich trotzdem erst mal hier hinter ich guck mal was hier so abgeht ein leben ja ich könnte auch mit der feder hochfliegen aber das ist kompliziert wenn hier die ganze die geister am weg sind kommt er kommt reicht das bestimmt nicht oder wir machen jetzt stress aber ich habe es geschafft zack tue 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 ich weiß jetzt nicht mal dass das erste geist zu hause ohne secret exit ist oder das kommt mir so vor in welt 2 hat es ein secret exit in welt 3 war glaube ich keins in welt 4 war auch keins ne ok da verwechsel ich gerade irgendwann und hier muss ich mich beeilen zack ja ok ich kann es glaube ich vergessen oder ja auf jeden fall hier durch die röhren wenn man durch die röhren geht bekommt man jedes mal ein anderes level also es kommt darauf an wie viel zeit man hat wie viel joshiko ins man gesammelt hat wie viele münzen man hat und ich habe es glaube rechtzeitig geschafft oder oh man stop das ist die ganze zeit ernsthaft so zweiter versuch ich habe gehofft dass ich mit joshi schnell drüber rennen kann und das und ich habe es geschafft das ist das secret exit so das ist jetzt ein bisschen komisch aber jetzt mache ich direkt nochmal das normale exit ich bin jetzt leider nochmal im gleichen level ich würde eigentlich ein anderes joshi hätte ich dann auch verloren ich habe eigentlich versucht alle münzen irgendwie einzusammeln aber ich habe es nicht wirklich hinbekommen also ich habe zwar drei münzen oder so gesammelt ist ja irgendwie seltsam da kriege ich eine münze wenn ich auf diese ok besser verkackt keine ahnung warum ich jetzt hier bin vielleicht kommt es auch darauf an was wie hoch der münzenzähler ist das kann ich mir auch vorstellen ich habe nur irgendwie gelesen dass es mit den münzen zusammenhängt das lasse ich mal durch ich weiß ja was letztes mal passiert ist als ich dagegen gesprungen bin ja toll es ist eher schlecht das gut wenn man gerade schon power up hat ok ist es das ziel ich habe irgendwie angst davor genau oh shit ach so kriegt man münzen stimmt nice und direkt nochmal äh bonus bonus spiel ja jetzt kann ich mit mario endlich mal gucken was da oben in der röhre ist das kann ich jetzt leider nicht machen das werde ich wahrscheinlich bei welt 8 reinschneiden man hat ja gesehen dass sich das andere aber schon gemacht hat das liegt daran weil ich das dann halt später reinschneiden werde in ach ne das ist ja nicht gedacht dass wir jetzt 7 in die späteren parts warum mache ich das warum mache ich das okay wenn ich es jetzt schaffe dann werde ich jetzt das secret exit machen weil ich mich gerade extra durchs cap geholt habe ich hoffe einfach dass ich es jetzt mal schaffe ja es ist auch viel einfacher direkt also wirklich ich hatte vorhin jedes also kein cape man kann mit dem cape halt schweben oder das die sprünge viel präziser ausführen ok da ist sowieso nichts im fluss drin denke ich mal und da ist ein joshi drin nein die feder die feder brauche ich nicht so das war dumm der joshi ist zum glück nicht so wichtig wie die feder ja das ist gerade ziemlich schlimm was ich hier mache aber genau und stopp und jetzt fliegen und fliegen und fliegen nicht so weit fliegen denn da ist schon das ziel und mit diesem level hatte ich nämlich schon ein anderes level verwechselt wo man auch hinter das ziel fliegen muss so ich probiere es jetzt mal mit luigi what the fuck der nimmt sich einfach seinen panzer zurück und zack und zack so das normale exit jetzt auch geschafft wofür das hin ach ja das hat einfach nur einen kreis geführt vielleicht war auch das ist ne ich glaube das was ich zuerst gemacht habe war das secret exit aber ist ja auch egal so ok weiter geht es mit der chocolate festung äh ja die schokoladen festung die ist wahrscheinlich aus schokolade die ist schon ein paar mal gestorben aber da schneide ich nur die tote rein so hoffentlich schaffe ich das hier diesmal so vielleicht springst du was so ok es ist dumm aber schnell durchsetzen ach das ist erst die halbzeit und hier ist bestimmt ja nein so ich bin wieder hier ernsthaft das ist ja nicht wirklich die hälfte des levels zumindest so ist das nicht sein oh nein ja ich hab's mir gedacht springt auch hier ist hoffentlich ein power-up drin naja ok das ist nett von den roten blöcken ah ok das haben wir bestimmt ich muss mich echt konzentrieren zack ne ok das mach ich wieder so mit drüber springen zack genau so das mache ich mal so das ist gesaved das auch hier ist eine fehl da drin jetzt geht's zum boss ja ist hier noch irgendwo was nope das ist nur rest nur ja an den festungen entscheidet immer restnoten ach so die zerstören sich erst wenn man zwei getötet hat auf der der zack 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 gut jetzt mal hab's geschafft er es das ist doch gut so geht es jetzt